Das ist der krasseste Money Glitch in unter 60 Sekunden. Let's go! Für diesen Glitch braucht ihr einfach einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Außerdem braucht ihr hier eine Basis. In der Basis braucht ihr eine Avenger, ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann und ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Das duplizierende Fahrzeug braucht ein persönliches Nummernschild. Habt ihr das Ganze, können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes habt ihr mit eurem Freund in einer Freundessitzung. Ihr trafst bei eurer Basis. Denn ihr holt jetzt als erstes das Fahrzeug raus, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Seid ihr draußen angekommen, müsst ihr so parken, dass die Fahrerseite jetzt eingeklemmt ist vom Fahrzeug. Und euer Freund steigt ein. Ist euer Freund eingestiegen, geht es zu Fuß wieder allein in die Basis rein. Steigt jetzt in euer Fahrzeug ein Wasser duplizieren wollt, aber von der Beifahrerseite. Währenddessen spammt ihr die rechte Falltaste, um ins Tuning Menü zu kommen. Seid ihr im Tuning Menü angekommen, müsst ihr so schnell wie möglich irgendwas umtunen und dann wieder ins Tuning Menü rausgehen. Denn wenn jetzt alles funktioniert, müsst ihr jetzt im Slot, wo eigentlich der Illegistand jetzt euer Duplikat stehen. Und natürlich könnt ihr diesen Glitch einfach wiederholen.